Ausatmen. Auf Einatmen folgt Ausatmen, auf Ausatmen folgt Einatmen. Das ist der Rhythmus des Lebens. Und im Yoga empfehlen wir besonderen Wert auf Ausatmung zu legen. Wenn du mehr Sauerstoff bekommen willst, dann solltest du erst vollständig ausatmen. Erst wenn die Lungen vollständig geleert sind, dann ist anschließend wieder Platz für neuen Sauerstoff. Viele Menschen, die viel Luft haben wollen, atmen tief ein und atmen dann nicht ganz so tief aus. Sie werden zum Beispiel, wenn anstrengend ist, machen und vergessen das Ausatmen. So wird aber nicht der Sauerstoffgehalten in Lungen ausreichend erhöht. Das ist wie wenn du ein Wasser hast, der voller Dreckwasser ist und dann tust du immer mehr frisches Wasser reinfüllen und dann läuft zwar irgendwann der Kübel über oder der Eimer über, aber es bleibt immer noch dreckiges Wasser drin. Wenn du aber den Eimer vollständig leerst, dann kannst du anschließend zügig frisches Wasser wieder hineingeben und sofort ist frisches, sauberes Wasser da. Genauso, wenn du vollständig ausgeatmet hast, dann kannst du anschließend schnell neuen Sauerstoff in die Lungen bringen. Und so ist erstmal wichtig, tief ausatmen. Im Yoga sagt man darüber hinaus, dass das Ausatmen zunächst einmal beruhigt und harmonisiert. Angenommen zum Beispiel, du neigst zu Nervosität oder Unruhe, dann wäre der Tipp, atme vollständig aus, atme sanft ein, vollständig ausatmen und nur sanft einatmen, vollständig ausatmen, sanft einatmen. Und wenn du dieser Art von Atmung folgst, dann wirst du schnell wieder ruhig werden. Angenommen, du hast dich über etwas geärgert und du bist verärgert, dann gibt es sogar die Möglichkeit, verdopple die Zeit für die Ausatmung. Ich nenne jetzt gerne die Agatransformationsatmen. Doppelt so lange ausatmen und sanft einatmen. Wenn du willst, probier es jetzt gleich aus. Ausatmen um 1, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6, um 7, um 8. Und einatmen um 1, um 2, um 3, um 4. Vollständig ausatmen um 1, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6, um 7, um 8. Mache das ein paar Mal und du spürst sofort Ruhe des Geistes. Du könntest jetzt sagen, ich will ja mehr Energie haben, dann wärst du doch klüger, mehr einzuatmen. Auf gewisse Weise trifft auch das nicht so ganz zu. Eine einfache Weise, schnell neue Energie zu bekommen, ist zum Beispiel Kapalabhati. Das ist der Schnellatem. Dort atmest du schnell aus und sanft ein. Hört sich so an. Also schnell ausatmen, sanft einatmen. Und so kommt die Energie wieder hinein. Angenommen, du hast eine Asthma-Attacke. Eine einfache Weise wäre, atme dann langsam und vollständig aus und sanft ein. Atme so langsam und tief aus, wie du kannst und sanft ein. Langsam ausatmen, sanft einatmen. Die meisten Menschen, die eine Asthma-Attacke haben, können so wieder besser atmen und die Asthma-Attacke verschwindet. Oder angenommen, du hast eine Herzrhythmusstörung. Auch hier ist ausatmen eine großartige Hilfe. So wie du merkst, dass irgendwo eine Herzrhythmusstörung da ist oder irgendwo du Beklemmung bekommst, vielleicht so Angst bekommst, Panik bekommst, entweder, dass es zu schnell geht oder einen Aussetzer hast. Atme sanft vollständig aus, atme sanft ein. Atme vollständig aus, sanft ein. Oder wenn jemand in deiner Nähe irgendwo in eine Emotionalität hineinkommt. Dieser Atmen ist sehr einfach. Ausatmen ist etwas sehr Machtvolles, um Psyche zu beruhigen, neue Energie zu bekommen und zu einer neuen Harmonie kommen. Probiere es aus. Bewusstes Ausatmen, Verruhe des Geistes und neue Energie. Wenn du mehr wissen willst, wie du mit dem Atem viel bewirken kannst, dann besuche doch mein Yoga- und Meditations-Einführungswochenende bei Yoga Vidya, zum Beispiel in Bad Meinberg oder Nordsee Allgäu Westerwald. Oder mach einfach mal einen Yoga-Kurs mit. Und wenn du schon Yoga-Kurse mitgemacht hast, mach vielleicht mal einen Atemkurs mit. Zum einen haben wir einen Atemkurs für Anfänger als kostenlosen Videokurs. Geh einfach auf unsere Internetseite und suche Atemkurs für Anfänger. Oder wenn du noch tiefer gehen willst, mach mal eine Atemkursleiterausbildung bei Yoga Vidya mit. Die Internetadresse www.yoga-vidya.de